Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist der 21. März. Das ist der kalendarische Frühlingsanfang. Theoretisch passt alles. Die Sonne scheint, die Blumen blühen, die Bäume schlagen aus. Aber eben, das ist nur die Theorie. In der Praxis sieht das anders aus. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Frühlingsanfang. Tschüss.